Hooray! Hallo! Hi! Venus! Mars! Erde! Neptun! Wow! Ja, ja! Auf geht's! Komm schon! Die Sonne ist das Zentrum unseres Sonnensystems. Ohne die Energie der Sonne könnten wir nicht leben. Leute, wisst ihr, warum sich die Planeten um die Sonne drehen? Nein, kannst du uns das bitte erklären? Sicher, der Grund, warum sich die Planeten um die Sonne drehen, ist, weil die Schwerkraft der Sonne sie auf ihren Bahnen hält. Wenn die Sonne keine Anziehungskraft auf die Planeten hätte, würden sie beginnen, sich von ihren gewohnten Bahnen zu entfernen, und sie könnten mit anderen astronomischen Körpern kollidieren, was zu deren Zerstörung führen könnte. Etwas so? Oh, ja! Leute, wollt ihr heute mehr über das Sonnensystem und die Planeten erfahren? Ich habe etwas recherchiert und etwas Interessantes für euch vorbereitet. Es gibt acht Planeten in unserem Sonnensystem. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und ein cooles Experiment gibt es dort drüben. Wow! Oh, ja! Ausgezeichnet! Wow! 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 Die Schwerkraft sorgt dafür, dass eure Füße fest auf dem Boden stehen. Deshalb kann ein durchschnittlicher Mensch auch nur bis zu 0,5 Meter hoch springen. Finden wir heraus, wie hoch man auf anderen Planeten springen kann. Klingt interessant! Los geht's! Juppi! Wow, Dasha, du bist gerade so hoch gesprungen, wie man auf den Saturn und dem Neptun springen kann. Wow! Wow! Jupiter, dieser Planet hat keine weiße Oberfläche, sodass es keinen Sinn ergibt, auf ihm zu springen. Aber in der Theorie könnte man dort 0,2 Meter hoch springen. Ich möchte zum Mond und zurück springen. Oh, ja! Fast geschafft! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Juhu! 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 Ivan, kannst du springen? Ah, ah, ah! Ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Leute, lass uns eine Challenge mit Mini-Planeten machen! Klingt gut! Auf geht's! Wow! Oh, ja! Juhu! Juhu! Wow! Los geht's! Yeah! Wow! Los, los, los! Yeah! Los geht's! Los, los, los! Wow! Yuhu! I was the planet! Wow! 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 Ich werde Fragen über das Sonnensystem und die Planeten stellen, ja? Ihr müsst sie richtig beantworten! Wenn ihr eure Fragen nicht richtig beantwortet, müsst ihr ein Papier von den Planeten abschneiden! Oh ja, okay! Ihr habt 10 Sekunden Zeit, um eure Fragen zu beantworten! Ist alles klar? Ja! Seid ihr bereit herauszufinden, wer erster sein wird? Entscheiden wir mit Schere, Stein, Papier! Schere, Stein, Papier, los! Ich bin die Erste! Wie viele Planeten gibt es in unserem Sonnensystem? Es gibt 8 Planeten in unserem Sonnensystem! Schön! Wichtig! Welcher Planet ist der Sonne am nächsten? Merkur! Gut gemacht, Steffi! Los, los, los! Welcher Planet ist am weitesten von der Sonne entfernt? Hey! Hey! Äh, äh, äh! Oh oh! Ups! Das gibt's doch nicht! Neptun! In welcher Galaxie befindet sich das Sonnensystem? Irgendwas mit Milch! Ich weiß! Milchstraße! Ja, die Galaxie der Milchstraße! Nenne jetzt die Planeten in ihrer Reihenfolge! Erde, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun! Gut gemacht, Maria! Aber zuerst kommt Merkur, dann Venus, dann Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun! Niemals! Welcher Planet ist der heißeste in unserem Sonnensystem? Merkur! Obwohl Merkur der Sonne näher ist als die Venus, ist die Venus der heißeste Planet in unserem Sonnensystem! Oh oh! Welcher Planet dreht sich am schnellsten? Los, los, los! Vielleicht der Mars? Er ist so hoch! Wahrscheinlich, weil es sich so schnell bewegt! Leider ist das nicht richtig! Merkur! Dieser Planet hat das kürzeste Jahr in unserem Sonnensystem! 88 Tage und gilt als der schnellste! Das gibt's doch nicht! Ups! Oh oh! Ja! Los, los, los! Los, los, los! Jetzt möchte ich euch den Unterschied zwischen den Größen der Planeten anhand von Kugeln zeigen! Kugeln! Merkur ist die pinke Kugel! Venus ist ein Tennis-Spy! Oh ja! Oh ja! Die Erde ist ein Baseball! Los geht! Mars ist ein Golfball! Aufgesagt! Jupiter ist ein Basketball! Oh ja! Los, los, los! Los, los! Los, los, los! Los, los! Großartig! Tiananke! Und der kleinste Planet im Sonnensystem ist? Bermärur! Unvstudier! Gitarre über die Mars von 对! Seid ihr bereit, eure Raketen ins All zu schicken? Ja! Wow! Oh ja! Aha! Oh ja, okay! Wow! Hallo! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Guten Morgen, Frau Lehrerin! Guten Morgen! Guten Morgen, Maria! Guten Morgen! Rück deinen Schreibtisch näher an mich heran, damit wir zusammensitzen können! Ja! Ich werde dir gleich etwas Aufregendes erzählen! Es tut mir leid, ich muss zurück auf meinen Platz rutschen! Oh nein! Warum bist du so traurig? Niemand will neben mir sitzen und ich weiß nicht warum! Ich habe nichts falsch gemacht! Ich glaube, ich weiß, ich weiß warum! Kann ich heute Abend zu dir kommen? Ja, sicher! Ich weiß nicht, 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 ich mag es nicht, mein Zimmer aufzuräumen! Ich habe eine Idee! Das Aufrufen kann in ein lustiges Spiel verwandelt werden! Aha! Aha! Ups! Eww! Der ist so schmutzig! Juhu! Juhu! Hurray! Übrigens, ich habe ein Geschenk für dich! Wow! Wow! Wow, warum ist sie so groß? Nein, ich muss aufhören! Ups! Das ist das, was du brauchst! Ausgezeichnet! Danke, aber ich putze mir selten die Zähne! Ich mag das nicht! Ich putze meine Zähne so! Fertig! Das ist nicht richtig, Alice! Wenn du deine Zähne nicht richtig putzt, hast du Mundgeruch und niemand wird sich neben dich setzen! Okay, Maria, ich glaube, du hast recht! Maria, ich habe mir die Zähne geputzt! Jetzt werde ich es immer tun! Gut gemacht! Guten Morgen, Frau Lehrerin! Guten Morgen, Maria! Guten Morgen! Ich bin mir da! Ah! Oh, 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 oh! Umarmung, Umarmung! Äh! Alice! Du hast mich schmutzig gemacht! Was ist mit deiner Kleidung passiert? Äh, ich weiß es nicht! Vielleicht ist es passiert, als ich letzte Woche Schokolade gegessen habe! Letzte Woche? Niemals! Kann ich heute Abend zu dir kommen? Klar! Hallo! Hallo, Alice! Ich habe ein Geschenk für dich! Nun, Alice, dein Zimmer ist so sauber! Großartige Arbeit! Ja, das verdanke ich dir! Ich danke dir für deine Hilfe! Darf ich an deinen Kleiderschrank gehen? Ja, sicher! Oh, ja! Alice! Du musst mit deiner Kleidung vorsichtig sein! Ich hatte einfach keine Zeit, dir zu falten! Oh, nein! Wie bitte? Wow! Die ganze Kleidung ist schmutzig! Dreh dir das an! Oh, ja! Du hast recht! Waschen wir sie! Los geht's! Los, los, los! Los! Los, los! Oh, ja! Sieh mal, jetzt ist es sauber und aufgeräumt! Ja, danke für die Hilfe, beste Freundin! Hallo zusammen! Wow! Deine Kleidung ist so sauber! Was ist mit deinen Haaren los? Was ist mit meinen Haaren denn los? Zieh es dir selbst an! Hä? Hm? Hast du einen Kamm? Hm, also ich kämme mich nicht immer! Ich kämme meinen Haar so! Oh, ja! Ich habe verstanden! Komm heute Abend zu mir! Ich werde dir helfen! Okidoki! Hallo! Hallo, Alice! Den Platz! Wow! Zauber! Beschwer dich nicht! Wenn ich fertig bin, wirst du wunderschön sein! Fertig! Schau dich nur an! Wahnsinn, Maria! Du hattest recht! Mein Haar sieht jetzt so schön aus! Warte! Warum siehst du so müde aus? Ich habe gestern fast nicht geschlafen! Ich habe meine Hausaufgaben gemacht! Oi, 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 oi! Alice! Das ist nicht richtig! Schlafen ist sehr wichtig! Aha! Hier! Ich habe etwas für dich! Wow! Ich danke dir! Es hat funktioniert! Ich fühle mich drei Jahre jünger! Sieh mal! Ich habe tolle Sachen für die Frisur! Fantastisch! Wahnsinn! Das ist so cool! Lass uns gegenseitig die Haare machen! Juhu! Wow! Oh, ja! Wow! Oh, ja! Fantastisch! Hooray! Erledigt! Wir hatten so viel Spaß! Ja, genau! Ich danke dir, Maria! Leute, passt auf euch auf! Das war's! Ja! Das war's!